Hey Lena, ich kann leider nicht so laut sprechen, was will sonst die Zähne rauffallen? Kennst du noch die Geschichte von Rotkäppchen? Also Oma, warum hast du denn so große Augen? Oder Oma, warum hast du denn so große Zähne? Naja, ist mir auch egal, ähm, ähm, ich bin aber schön, ne? Ich dachte, ich wäre schön. Moment mal, versuchen wir mal was anderes. Vielleicht eine dicke Nase? Na, der kopf nicht so gut, der geht aus wie Schwein. Ähm, meine Augen? Mua, ich finde sie gut aus. Oh, meine schöne kleine Nase. Oh, guck mal, ich könnte als Model auftreten. Meine Nase. Ja, meine große Augen und meinen großen Kopf. Also ganz so hässlich bin ich nicht, ähm, auf jeden Fall denke ich das nicht von mir. Ähm, da du immer so komische, schöne, lustige Videos schickst, habe ich gedacht, schicke ich dir auch mal ein schönes, lustiges, komisches Video. Also dann viel Spaß und behalte mich so in Erinnerung, nicht das andere. Hab dich lieb! Also Järgarte und Die kommandärer mit den auf Die seit als die Untertitelung des ZDF, 2020